Sukha Vrikshasana, der einfache Baum. Von der Stehhaltung ausgehend, gibt die Arme erst etwas zur Seite und dann gibt die Zehenspitzen des rechten Fußes an die Innenseite des linken Fußes, gibt aber das Knie leicht nach außen. Dann gibt die Hände an die Hüfte. Das ist eine schöne, einfache Stellung von Vrikshasana, des Baumes, für Menschen, die sich etwas unsicher sind. Eine weitere Variation von Sukha Vrikshasana ist, indem du den Fuß etwas höher an die Innenseite der Wade gibst. Egal, ob du flexibel bist oder nicht, du kannst immer eine Variation von Vrikshasana üben.